Noch bekannter ist das Geburtstagslied Happy Birthday to You, das wir im Streicherklasseheft auf der Seite 65 finden. Die Melodie ist so bekannt, dass ich sie gar nicht mehr vorspielen möchte. Aber wir können uns überlegen, dass alle zusammen auf der leeren D-Seite anfangen, dass dann der erste Finger kommt, 0, dann die Geigen 3, Jelly 4, aber die Kontrabässe müssen rauf auf die leere D-Seite. Den ersten Abschnitt spiele ich vor und ihr spielt ihn nach. Zusammen und Zusammen und Der nächste Abschnitt Wir müssen alle auf die A-Seite hoch, nur bei den Kontrabässen ist es natürlich die G-Seite und die haben dann nicht, wo der Ton A ist, haben die nicht die leere Seite, sondern den ersten Finger. Also Kontrabassfingersatz ist dann 0 0 1 0 1 0 Okay, zweiter Abschnitt, alle zusammen und Nochmal Von vorne bis dahin, alle zusammen gleich und Nochmal und Einmal noch und So, wie es weiter geht, zweimal leere D-Seite Vierter Finger bei den Jelly, dritter Finger bei Geigen und Bratschen und die Kontrabässe, aber die spielen Dreimal den gleichen Ton und gehen dann runter auf 1 Am besten Kontrabässen nehmt euch gleich mal Stift zur Hand. Habt ihr am Bleistift? Dann sage ich euch nochmal diesen dritten Abschnitt 0 0 0 0 1 Und jetzt müsst ihr sogar auf die E-Seite runter 2 2 1 0 Weiter 2 2 2 1 2 0 2 Okay Den Abschnitt, dritten Abschnitt machen wir gleich alle zusammen. Ich spiele ihn vor Zusammen und Und Einmal noch Einmal noch Dann geht es weiter, zuhören Zusammen Und ich wette, alles Alle von euch haben gemerkt, dass hier wieder dieser Strich vorkommt, wo wir zwei aufstrichend kurz vor Schluss haben Auf Auf Alle zusammen Und Nochmal Okay Ich wünsche viel Spaß mit diesem bekannten Stück Ich wünsche viel Spaß mit dem